Hallo, heute zeige ich dir die Grasburg Ruine, welche im Kanton Bern nahe Schwarzenburg liegt. Ein Teil der Ruine ist wegen Renovierungsarbeiten eingehüllt, doch ihr Charme ist trotzdem spürbar. Da der Parkplatz gut zu erreichen und man von ihm aus in wenigen Minuten bei der Ruine ist, solltest du sie dir unbedingt mal anschauen, wenn du in der Gegend bist. Bitte denk an vernünftiges Schuhwerk, damit du nicht auf den teilweise losen und unebenen Untergrund umknickst. Sollte 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank fürs Schauen und ich wünsche dir viel Spaß beim Sightseeing und einem gemütlichen schönen Tag.